und damit ja ich bin bereit ich habe nichts zu trinken das nicht so geil darum würde ich es zu trinken das wäre ziemlich geil ich habe schon was zu trinken bist du das ja ich bin der A Team Van bist du schneller als ich ja aus in die oh das ist ein ich dachte da wird man rausfahren können aber nö ist abgesperrt die Leute kommen hier oben fahren wie geil ist das denn Gönn dir mal krasses Rampe Digga das ist eine richtige Rennstrecke hier Erstmal den Ball ausweichen wärst du gerade auch im Kreis das ist mega die geile Rennstrecke Gott hier jeden Punkt auch mitzunehmen Was? Nein irgendwer fährt vor mir und klaut mir meine Mein Speed Nee du machst das nicht Ich weiß nicht mal wo der Ball ist Brumm 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 br Ich will zu reißen, reißen, reißen in der Zirkel, auf der Reiß, reißen in der Zirkel. Hallo Leute. Muschikatze. Geiler Name. Das ist gelovend. Muschigatze! Der Name ist genial! Guck mal, jetzt mach ich eben einen Unbelieverberuf. Dr. Schwengel hat mich weggebämmst. Muschigatze! Oh Gott, der geht direkt aufs Tor. Ich mach ihn rein! Nein! Okay, der geht dann eben. Nein! Komm schon! Oh Mann, ich wollte den eben noch antitschen, damit ich mir den absnacken kann, aber schade. Guck, da rammt er mich weg! Du wolltest ihn nicht aufwechraben, du Arsch! Ne, 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 ich wollte mir den Ball wieder wechseln. Nein, nein, nein! Guck mal, der eine... Ey, in dem einen Auto da, da ist ein Wurms drin, so ein Wurm. Ist das schon aufgefallen? Nein. Verknappt! Verknappt verfehlt. Hast der? Schade. Fuck! Doppelteam verkackt. Wir haben ein Doppelteam aber. Du kriegst den Ball nicht, Mr. Z. Oh Gott, da kommt er, da kommt er, da kommt er! Ich hatte dich so abgrundtief. Ne, das glaub ich nicht. Weißt du, ich bin ein fetter Bus, du kannst mich gar nicht wegrammen, Alter! Muschikötze! Boop! Wo ist der Ball? Da ist der Ball! Ich hab die Muschikötze gerammt! Ich hab die Muschikötze kaputt gemacht! Du kannst doch nicht die Muschikötze töten, Alter! Oh Gott! Doch, Mann! Die Muschikötze muss kommen rippen! Nein, Mann! Bumm! Ich hab den kaputt gemacht! Oh Gott! Wir machen gleich ein Tor! Weiii! Moin bestimmt, man kann ja auch sowas machen! Ja, man kann ja auch sowas machen! Bumm! 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 Ich bin genau dagegen gesteppt! Ich hab's getrackt! Wenn man uns gleich sieht... Guck! Bumm! Ich biss mich gleich ein, Alter! Bumm! 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 Krass dich mal Junge, was denn los? Oh Gott, wow, nice. Sollst du nicht unterm Ball durchfahren? Oh, Alter. Oh, schon wieder verkackt. Der Ball kommt aufs Tor, der kommt aufs Tor, du kannst. Ich wurde kaputt gemacht von der Muschi Katze. Das Pussy. Der kommt aufs Tor, der kommt aufs Tor. Jetzt, hoch den hier, wo ist nun schon wieder er? Ich hing in der Wand. Oh, nach die Zeit. Oh fuck, jetzt haben wir ein Problem. Die Nase sind uns. Oh Gott. Oh Gott. Was tust du schon wieder, Alter? Oh. Der geht aufs Tor. Der geht aufs Tor. Oh. Wir haben verloren. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Guck mal. Meine Künste da. Oh. Oh. Das haben wir verkackt. Ist gedreckt. Wir haben sie verliebt. Auf die heißen Streune. Unreal Tournament. Red. Wow. Ich hab irgendwas mit nem Totenschädel bekommen. Revenge. Ich bin bereit. Dir auch. Raxel. Dr. Schwengermann. Wir haben auch so nen Scheißkerl, der einen Ping von 120 hat. Ping. Ping. Ping player win. Dich kann ja sein. Was hat der gesagt? Keine Ahnung. Ihr war's auch Bayrisch. Ja, Mei. Ich bin die Muschikotz. Muschkotz. Nein Oh Gott Oh Gott Hä, was ist das denn für ein Tor? Ja, das ist mir gerade auch Mit zwei Löchern, Alter Oh, ich kann nicht mehr chatten Mein Chat ist deaktiviert Hier ist ein Orange, oder? Das ist unser Tor, oder? Soll ich mir weg machen, oder? Ja Ja, Tor für die Alter, ich krieg dafür nicht mal Was? Und er macht ihn nicht Er macht ihn nicht Die Katz ist tot Mit Ankündigung Alter, die spielen echt gut teilweise Ja, nice Was für ein Torwart hat denn Gönn dir mal das an Alter Gönn dir mal das an Das hier Boooo Alter, mit 100 km Mit 100 km Hab ich den Ball reingepfeffert Ah fuck Oh Gott die haben eine gute Posi Warum Nein Nein Oh Gott die haben geblockt Man kann nicht nach hinten boosten Nein Die Muschikatze Da hat die Muschikatze wieder geschlagen Weißt du Cedrix hatte alles einfach in der Hand Aber er hat nicht reagiert Er war viel zu schnell Er hat einfach nicht reagiert War ja viel zu schnell Lol Da komm Ball hin rein Ich nehm grad Doktor Schwengele aus dem Spiel Er kann grad gar nichts mehr machen Oh Gott aber die sind nach so ein Tor Er hat den Ball verfehlt Ja komm schon Nein Ich hatte gesungen Jetzt muss man was haben Nein Alle Lade Vollrückzieher Warum hat der zweite Jump noch nicht geklappt What the fuck Ja man ich krieg das nicht hin das Spiel Es wird so kompliziert Man denkt sich so im Kopf immer die Sprünge aus die man machen möchte Aber dann kriegt man es nicht hin Nein Wo man sich quasi sogar die Parade aus Die Parabel ausrechnen könnte wie man fliegen müsste Aber man kriegt es nicht umgesetzt Und was mit so wenig Speed Ey 25 km Und dann so Der ist fast schon gekrochen Ist er Das gibt's nicht Weißt du hier ist auch echt schwer als Torwart irgendwie was zu verteidigen Weil sie halt von beiden Seiten kommen können Du Arsch Oh verdammt Und unsere Leute liefen die ganze Zeit Was soll denn das Ich glaub die mögen uns nicht Doktor Schwinge Okay jetzt 4 1 Jo wahrscheinlich Und bei uns lieben die Leute die ganze Zeit Mit betreten Na du schieß Ich darf nicht mehr chatten Meine Fräse Echt jetzt Ja wenn ich zu viel spammen Sagte man ja 3 Sekunden war es jetzt Erstmal oben Der geht schon wieder rein Geh dir mal die Wiederholung Die war echt Bombe Da Muschikatze macht Obwohl ne Woher kann ich Muschikatze Wie du gegen die Wand dutscht Jo Als hätte ich so leck Nicht gut Das ist für die Muschikatze Oh Gott Alter Serdi Den kannst du jetzt rein machen Ja Alter da ist das Ding Da war der eiskalt Der Serdi Der hat da die Situation abgewartet Der ist bei einem Den noch einmal behindert Aber das hat nix gebracht So ein Profispieler Bringst du nicht aus der Ruhe Jetzt verlieren wir Wegen sie nicht ganz so hoch Ist ja auch okay Außer wir machen halt In 30 Sekunden Irgendwie noch 3 Tore Ja 3 Eigentore Los schnell Los schnell Oh Gott Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin Gönn dir mich Ich hab ein Tor gemacht Es steht jetzt doch gar nicht Von Muschikatze War ich voll alleine Gönn dir Da kommt's natürlich Garry Unglaublich Unglaublich Er ist ja schon der vierte Teammate Irgendwie Der hat diese Runde Bekommen Irgendwas machen Unsere Teammates falsch So viel zu Wir verlieren doch nicht so hoch Gönn dir mal Wie ich nachher noch im Tor rumschwebe Falls man das sieht Da sieht der Grund So ein bisschen Oh Gott Wow der geht rein Gönn dir mal Gönn dir mal wie random der war Gönn dir mal ich jetzt vor mit Vollspeed da Das war geplant Wie ein Luchs Hat er sich diesen Ding gesnackt Als wäre er ein Profspieler Kaum vier Tore noch In vier Sekunden Ist es machbar Okay Vielleicht Obwohl doch 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 Ist noch machbar Ist noch machbar Ist noch machbar Natürlich nicht Wenn der aufkommt Knapp yes Knapp yes Oh Oh ein hellgewöhnlich Lebkuchen man Ich hab ne Kettensäge bekommen 18 Minuten nehmen wir schon auf Okay tschüss Ich hab ne Kettensäge bekommen